so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es richtig schönes schmankerl von nico die golden rose eine neuheit für dieses jahr 2017 einer der drei neuen batterien aus der 13 schützer serie von nico es gibt ja drei so die golden rose die time rain und dann noch die lemon dahlia meine ich glaube ich irgendwie sowas war das an nem hat das gute stück 243 gramm was hier oben steht und ich habe die also eigentlich dürfte sie mir sonst wo rauskommen so oft wie ich die schon gesehen habe bei röder beim mega feuerwerksverkauf wo auch sonst überall noch ich glaube dreimal habe ich die insgesamt gesehen und auch etlichen videos und ich sage es euch blauer aufstieg zu goldenen palmen mit rot blinkern und die ist so wunderschön die ist richtig richtig geil richtig edel und jetzt habe ich sie selber und ich freue mich sehr sehr doll auf die golden rose von nico deswegen jetzt viel spaß mit der goldenen rosa ein schmankerl golden rose jetzt endlich live so lange gewartet in den händen halten zu dürfen top neuheit aus der 13 schützer serie ich wollte gerade so eine anspielung machen aber das haben die leute noch nicht die leute noch nicht gesehen ja man weiß es nur golden rose let's get it ich bin so gespannt ja ich bin so gespannt ja ich bin so gespannt ja es ist ich bin so gespannt ja ist die geil aber die haben kein abschluss dreier mehr aber kaufe empfehlung für die golden rose richtig schöne